Oktay, wie lange noch? So, 15 Sekunden. Nicht mal. Wie schnell bist du jetzt? Nee, 40 und 6. Ich kann hergehen. Warte, 50. Die letzten 30, 50. Und? 15 Sekunden noch, warte. Jetzt bin ich fertig. Noch 20. Und wie lange bist du insgesamt gelaufen? 30 Minuten. Wo steht er? Fast 7 Kilometer. 6,8. Wie lange bist du insgesamt gelaufen? 30 Minuten. Komm her, nur 30, genau. Nur 30. Jetzt bin ich kaum noch. Ich bin müde jetzt. 30 Minuten. 6,8 Kilometer. 6,8 Kilometer in 30 Sekunden. In 30 Minuten. Und woran denkst du jetzt? An nach Hause, was trinke. Was trinke? Apfelschorle. Das ist mein Leben, Leute. Jetzt Cooldown. Alles zu relaxen jetzt. Der Körper braucht jetzt wieder gut runtergehen. Von den Herdwerk-Fans. Und jetzt noch für lockere Einheit noch 4 Minuten laufen. Dann bin ich fertig. Und ich spitze ein bisschen. Dann verabschiedest du dich, weil wir machen das Video jetzt schon fast lang. Genau. Tschüss. Ganz sehr close forever.